Das hier ist Fleece. Und das hier ist auch Fleece. Und das hier ist kein Fleece. Aber wieso ist das denn Fleece? Und das auch. Und das hier ist so viel wärmer und sowieso und überhaupt. Heute geht's im Grundlagenkurs Nummer 20 um das Material Fleece und die bekannten und beliebten Fleece-Jacken. Und was sie von anderen Materialien unterscheidet. Fleece, das hat mal so gar nichts mit Fliesen zu tun. Und ironischerweise, obwohl es sich sehr ähnlich anfühlt, hat es auch nichts mit Baumwolle oder Wolle generell zu tun. Fleece ist nämlich zu 100% Plastik. Und Fleece kann theoretisch sogar aus PET-Flaschen hergestellt werden. Traurige Tatsache ist aber, dass die wenigsten Fleece-Produkte aktuell aus nachhaltiger Erzeugung stammen. Das Interessante an Fleece ist der unglaublich flexible Werkstoff. Denn er kann extrem dünn verarbeitet werden, sehr dick gemacht werden, mit Löchern dazwischen, dicke und dünne Fasern abwechselnd platziert werden und vieles mehr. Und warum das so genial ist, zeigen die Hersteller und Marken von Outdoor-Bekleidung im Prinzip ganz gut. Denn hier gibt es diese Polyester-Produkte in 100 verschiedenen Ausführungen. Was sind denn eigentlich die Vorteile von Fleece? Warum finden das alle denn wirklich so geil? Schauen wir uns am besten kurz die besten Eigenschaften von Fleece an. Fleece ist zwar im Gramm pro Kubikzentimeter Vergleich etwas schwerer als Daune, aber definitiv leichter als gleich warme Wollpullover. Wenn man mit den Nachteilen der Daune aber nichts anfangen kann, kann man sagen, dass die Fleece-Westen und Jacken neben Merino-Lösungen die beste Möglichkeit des Wärmeerhalts am Berg sind. Fleece ist außerdem relativ feuchtigkeitsunempfindlich. Natürlich wird Fleece auch nass und kalt, wenn es regnet. Also Regenjacke ist das keine. Aber Fleece trocknet je nach Stärke der Verarbeitung recht schnell, was gleichzeitig bedeutet, dass Schweiß schnell wieder trocknet und damit nicht mehr kalt ist. Das Spannende an Fleece ist, dass dickere Modelle nicht nur im Isolationsschicht und im Sinne des Zwiebelprinzips funktionieren, sondern auch ganz eigenständig die Körperwärme recht gut reflektieren und wieder zurückgeben. Womit man ihnen in der Regel mehr Kälte zutrauen kann, als man glauben würde. Ein großer Vorteil von Fleece ist, dass er relativ robust ist. Wie robust? Naja, ich persönlich greife bei alpinen Klettertouren immer zu Fleece. Der Daune würde mir einfach schnell mal zerreißen und dann geht's ans provisorische Flicken. Und das ist einfach nervig. Ich kann aber aus Erfahrung sagen, dass abgesehen von den extrem leichten und belüfteten Fleece-Modellen ich mit klassischen Fleece-Jacken wirklich schon die verrücktesten Sachen erlebt habe und die Fleece-Jacke noch nie auch nur ein Anzeichen von Beschädigung gezeigt hat. Das geht von beim Felsklettern, beim Sturz drüber radieren, ausrutschen und über den Fels schleifen bis hin zu mit dem Pickel drüber gefahren und so weiter. Fleece lässt sich auch ganz einfach wieder flicken, wenn es doch etwas zu viel des Guten gewesen sein sollte. Ein weiterer positiver Aspekt ist definitiv die Elastizität von Polyester. Denn damit kann man sich anliegende Fleece-Jacken kaufen und an den breiteren Stellen dehnen sie sich entsprechend, während sie an den schmäleren Stellen eng anliegen. Der Traum aller Weihnachtskicks-Fetischisten. Aber im Ernst, das hat weitgehende Vorteile. Man hat um den Bauch oder an den Seiten nie Material herumflattern, was gerade wenn man einen Gurt anhat, echt nervig sein kann. Wer schon mal in einer zu großen Jacke einen Karabiner oder eine Express-Schlinge von der hinteren Schlaufe des Klettergurts pflücken wollte, weiß ganz genau, wovon ich rede. Fleece hat leider und natürlich auch so die ein oder anderen Nachteile. Genauso wie das eben bei der Daune auch der Fall ist. Nässe gegenüber ist das Polyester eigentlich nicht empfindlich und auch die Isolierfunktion verschlechtert sich per se nicht enorm, wenn das Fleece mal feucht wird. Das ist gegenüber der Daune schon mal ein großer Vorteil. Jedoch gibt Fleece die Nässe einfach weiter und fühlt sich dann so ganz typisch unangenehm kalt an. Dann kühlt man dementsprechend aus. Dem Fleece macht das zwar nichts, aber euch bringt das halt auch nichts. Das gleiche passiert übrigens, wenn die Feuchtigkeit von innen kommt. Also wenn man die Kleidung etwas zu warm gewählt hat und dann logischerweise zum Schwitzen beginnt. Polyester oder eben Fleece nimmt die Feuchtigkeit auf und obwohl sie relativ rasch wieder trocknet, muss man dann eben eine Zeit lang mit diesem Gefühl leben. Fleece hat außerdem die unangenehme Eigenschaft, im Gegensatz zu Merino, dass es einfach schnell mal stinkt. Wer drei, vier Tage im Zelt zusammen absitzt, wird sich nach kürzester Zeit ein Einzelzimmer wünschen. Aber da muss man leider durch. Fleece ist aber nicht immer gleich Fleece. Vom Aufbau her zwar schon, aber vor allem in Bezug auf die Dicke, die Dichte und die Verarbeitung gibt es ein paar Unterscheidungspunkte, die wir uns kurz anschauen. Grundsätzlich gibt es verschiedene Materialstärken, die sich in Gramm pro Quadratmeter ablesen lassen. Typisch ist hier das 100er oder das 300er Fleece. 100 Gramm pro Quadratmeter sind typisch für Sommervleece, das euch gerade in den heißen Monaten, wenn es hoch hinausgeht, immer noch warm hält, sobald die Temperaturen durch die Höhe etwas moderater werden. Besonders hervorheben möchte ich aber zwei Arten der Verarbeitung, die besonders häufig zum Einsatz kommen und meiner Meinung nach auch den meisten Sinn machen. Weil wie das in der Industrie eben so oft der Fall ist, gibt es bei erfolgreichen Konzepten auch den Müll zwischen den Zeilen, dessen Kaufmann dann vielleicht bereut. Dabei gibt es einmal die belüfteten Fleece-Konzepte. Der Fleece-Aufbau wechselt hier zwischen dicken und dünnen Fasern und bildet so ein quadratisches Muster. Man bezeichnet das manchmal auch als Waffelfleece. Damit sind 50% der Jackenoberfläche Wind- und Kältedurchlässiger. Der punktuelle Luftdurchlast ermöglicht, dass die Kälterezeptoren an der Haut ganz direkt angesprochen werden. Aber die allgemeine Temperatur durch die dickeren Faserstrukturen trotzdem relativ hoch bleibt. Der Effekt ist das Gefühl von guter Belüftung und angenehmer Temperatur. Polyester kann durch die flexible Faseranordnung aber auch enorm dicht verarbeitet werden. Das Resultat daraus ist eine sehr dicke und vor allem dichte Isolierung, die als Polster zwischen der Haut und der äußeren Kälte herhalten kann. Der Wärmehalt kann bei einem dicken, dichten Polyester-Konstrukt locker mit der Downing-Konstruktion mithalten. Man könnte im Prinzip also sagen, dass diese beiden Fleece-Aufbauweisen eine geniale Kombination ergeben. Ist es warm, aber beispielsweise windig, kann man sich die dünne, belüftete Fleece-Konstruktion anziehen. Ist es eher kälter, kann man die dichte, dicke Fleece-Jacke anziehen und ist so sehr gut isoliert. Nun bleibt natürlich die Frage, welche Fleece-Jacke sollte man sich denn jetzt am besten zulegen? Naja, wie immer ist das pauschal gar nicht so einfach zu beantworten. Man kann den Mittelweg wählen und eine normal dicke 200er Fleece-Jacke kaufen. Die wird im Sommer aber manchmal zu warm werden. 300er Fleece-Jacken sind praktisch für das Skitouren gehen, denn da ist die Kälteisolierung perfekt und man ist schnittig und sportlich unterwegs. Im Hochsommer kann ich euch aber nur ultradünnes Fleece raten. Damit spart ihr Gewicht und gerade solange ihr nicht über die 3000 Meter hinausragt, werden die Temperaturen sich auch dementsprechend gestalten. Ein Beispiel für eine besonders leichte Fleece-Jacke wäre die Fleece-Light-Grid von Ottovox oder etwas günstiger die Paganella von Saliva. Für richtig Erfrorener unter euch kann man sich auch Kombi-Modelle ansehen, wie zum Beispiel die Fleece Plus von Ottovox und ähnliche Modelle anderer Hersteller. Die verbinden Fleece außen mit Merino innen, was nochmal einen zusätzlichen Wärmeerhalt mitbringt. Das Fazit lautet also, Fleece ist ein toller Allrounder, vor allem wenn es hart hergeht. Wenn abriebfestes Material bei gutem Wetter her muss, dann ist Fleece eine tolle Option. Fleece-Jacken sind nicht immer die leichtesten und gerade bei Schlechtwetter oder wenn man sich zu Tode schwitzt, sollte man sich um Alternativen umsehen. Insgesamt bleibt Fleece aber zu Recht einer der beliebtesten Wärmespender am Berg. Und wie mache ich das? Naja, immer wenn ich auf Wanderungen oder einfache Touren gehe, aber ganz genau weiß, dass es arschkalt wird, dann ist Fleece nicht meine erste Wahl. Da bin ich dann mehr so der Daunenmensch. Aber jedes Mal, wenn ich am Fels unterwegs bin, egal ob beim Alpinklettern oder am Klettersteig, ist eine ordentlich anliegende Fleece-Jacken einfach immer dabei. Außerdem ist sie bei moderaten bis leicht kalten Temperaturen immer dabei, wenn mir die Daune einfach zu dicht und zu warm ist. Gerade im Winter trage ich die ultradünnen Konstruktionen gerne, um mich etwas warm zu halten, wenn ich zum Beispiel trainiere. Ich bin ein Fleece-Fan, wobei mich einzig und allein die Tatsache stört, dass wir mit Fleece schon eine ziemliche Umweltkatastrophe betreiben. Aber ehrlicherweise lässt sich das auch bei anderen Materialien zum Wärmeerhalt zum aktuellen Zeitpunkt nicht wirklich gut verhindern, wenn wir von einem ähnlichen Leistungsanspruch ausgehen wollen. Wie immer gilt, egal ob Fleece oder nicht, das Abonnieren des Kanals ist immer eine richtige Entscheidung, wenn wir viermal die Woche für euch neue Inhalte produzieren. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit, danke fürs Zuschauen und Bergheil!